Hallo ihr Lieben, heute habe ich für euch eine kleine süße Verpackung. So schaut sie aus in Form eines Dreiecks. Wie ihr die macht, das zeige ich euch jetzt. Was ihr dafür braucht, ist ein bisschen was. Und zwar braucht ihr dafür ein großes Stück Farbkarton. In meinem Fall habe ich jetzt Flüsterweiß genommen. Das hat die Größe 21 x 13,5. Dann haben wir drei Streifen DSP in der Größe 12,5 x 3,5. Einen Streifen in der Größe 12,5 x 1,5. Dann habe ich hier zwei Stücke, einmal in Flüsterweiß und einmal in Grapefruit. Die sind 8 x 1,5. Dann habe ich mir schon ein kleines Schleifchen vorbereitet mit den Framelits aus dem Set Pick a Pennant. Das ist hier unten die Schleife und die Framelits heißen Wimpelketten. So, alle Maßangaben findet ihr wie immer auf meiner Homepage, die da lautet www.kreativepause-el.de. Als erstes falzen wir das Ganze. Ich glaube, den brauche ich doch nicht. Okay. So, auf der langen Seite falzen wir das von beiden Seiten. Erstmal die Schneidklinge an die Seite bei 4 cm. Auf der kurzen Seite falzen wir das auch als erstes bei 4 cm. Dann schieben wir das weiter auf 8 cm. Und noch einmal auf 12 cm. Das war es schon. Dann nehmen wir uns Bleistift und Lineal. Und zwar müssen wir jetzt in in dem mittleren Viereck hier oben und unten, müssen wir uns noch zusätzliche Falzlinien ziehen. Da mache ich mir dann jeweils eine Markierung bei 2 cm. Einmal und auf der anderen Seite auch. Ach, wenn, dann brauchen wir nochmal. Dann nehme ich mir mein Falzbein und ziehe jetzt hier ein Dreieck rein. Also einmal von dieser Kreuzung zu der Markierung. und einmal von der anderen Seite. Dann drehen wir das Ganze um, machen das auf der anderen Seite auch. So, dann haben wir das Falzen schon erledigt. Dann nehmen wir uns jetzt erstmal den Bleistift nochmal, beziehungsweise einen Radiergummi und entfernen die Markierung, Markierungen wieder. Ihr könnt die Markierung auch vorher mit dem Falzbein andeuten. Dann könnt ihr euch das Radieren sparen. So, dann brauchen wir eine Schere. Und jetzt schneiden wir hier oben das kleine Rechteck weg und hier unten das kleine Rechteck. Und zweit mal. und zweimal dann brauchen wir das Falzbein nochmal einmal alles nachfalzen und die Nasche hier vorne noch so die Dreiecke deuten wir so leicht an bisschen mit den Händen hinterher das kommt nämlich nachher hoch und dann gehen die so in die Box rein so dann müssen wir uns jetzt hier die Ecken noch abrunden beziehungsweise wir müssen erst noch schneiden das habe ich noch vergessen und zwar müssen wir jetzt hier die vier Ecken am Rand das werden unsere Klebelaschen die schräge ich mir an von beiden Seiten und kürzt die noch ein wenig könnt ihr auch erst einkürzen und dann anschrägen dann ist das etwas einfacher so das gleiche machen wir auf der anderen Seite nochmal erst einschneiden einkürzen etwas anschrägen und auf der letzten Seite auch noch so dann kann das an die Seite als nächstes runden wir uns jetzt erst die Ecken ab dazu klappe ich das an der Seite einfach ein einmal zweimal das gleiche machen wir mit dem kleinen Streifen DSP der wird auch an einer Seite abgerundet so jetzt können wir uns das DSP schon aufkleben ich klebe das mit Tombow auf und irgendwie habe ich meine Stücke jetzt zu lang da habe ich mich vermessen da schauen wir nochmal nach 13 ja 12,5 ok dann schneiden wir die noch eben ab dann sind die alle vier zu lang auch kein Problem dann nehmen wir uns nochmal den Papierschneider und kürzen die alle nochmal auf 12,5 zack und noch einmal das Maß passt da habe ich anscheinend nur falsch zugeschnitten kann passieren so auch erledigt dann nehmen wir uns nochmal den Abrunder runden hier bei dem schmalen Streifen die Ecke nochmal ab so und jetzt können wir das DSP aufkleben jetzt passt es nämlich mit den 12,5 das DSP klebe ich jetzt vorher auf bevor wir das die kleine Box zusammenbauen einmal einmal ich beklebe den Boden bei dieser Box diesmal auch das müsst ihr natürlich nicht das liegt ganz bei euch wie ihr das machen möchtet aber ich fand das bei dieser Box jetzt ganz schön dass da am Boden auch ein bisschen was ist vor allen Dingen weil ich jetzt auch Flüsterweiß genommen habe weiß ist ja nun doch anfällig das wissen wir ja alle so und das letzte noch so so dann können wir die Box jetzt zusammenkleben und zwar klebe ich mir diese beiden an diese hintere Lasche so ein das machen wir jetzt als erstes das mache ich auch mit Flüssigkleber falls wir nochmal schieben müssen und ich habe schon wieder Tombow an den Fingern so das legen wir uns jetzt hier hin kurz festhalten das könnt ihr auch mit Abreißklebeband machen das geht auch aber ich finde bei dem Tombow hat man immer nochmal die Chance das dann zu korrigieren wenn man das nicht ganz gerade aufgeklebt hat meine Finger kleben schon aneinander oh 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 irgendetwas ist immer so und diese anderen beiden Laschen die wir hier jetzt noch haben die kleben wir uns jetzt hier oben fest das Das war's für heute. Eine Seite und die andere Seite noch, jetzt will der Tombow nicht mehr, oh 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 oh, dann kann der Tombow schon wieder zu. Und jetzt drücken wir die vorgefalzten Dreiecke nach innen rein, klappen das um und somit wäre die Box schon fertig. Ich mache da jetzt noch ein bisschen feines Geschenkband drum in Flüsterweiß. Ihr könntet jetzt auch die Lasche hier reinstecken. Ich fand das mit dem Band aber ganz schön. Und zwar lege ich mir das hier einmal um die Box, dann wickele ich das ein-, zweimal rum, so wie ihr das mögt. Dann mache ich mir hier eine Schleife. Jetzt kommt das wieder, das Schleifebinden im Video ist komischerweise sehr schwierig. Ja, wir haben es geschafft. Wenn meine Finger nicht so klebrig wären, vorne mit Tombow. So, dann können wir das hier abschneiden. Und hier noch ein Stück. Dann haben wir die schon mal verschlossen. Jetzt machen wir noch ein bisschen Deko. Und zwar habe ich mir aus dem Set Bannerweise Grüße das Vielen Dank rausgenommen. Das stempel ich mir jetzt in Memento Schwarz auf den Flüsterweißen Streifen. Ich habe den jetzt bewusst etwas länger gelassen. Den Streifen. Den schneiden wir uns jetzt gleich noch zu. Erstmal schneide ich da ein Stückchen ab. Den in Grapefruit kürze ich mir auf die gleiche Länge. Dann machen wir uns da ein kleines Fähnchen von. Dann nehme ich mir das Flüsterweiß jetzt einfach als Schablone für das Grapefruit. So, dann nehme ich mir ein Glow-Dotch. Auf das Flüsterweiße. Und klebe mir das dann so ein bisschen schräg auf das in Grapefruit. Dann nehme ich mir noch ein... Oh! So, Telefon erledigt. Weiter im Text. Ein Dimensional wollte ich mir nehmen. Und zwar nehme ich da einen kleinen. Oder? Ne, ich glaube ich bin eben doch einen großen. Und den machen wir hinten. Nein, wir machen die Trägerfolie noch nicht ab. Ich habe ja das kleine Schleifchen hier noch. Das klebe ich mir mit einem Mini-Dimensional. Das waren zwei. Ich möchte nur einen. Das kleben wir uns hier noch mit drauf. Und jetzt kleben wir das an unsere Schachtel. Und zwar klebe ich das hier so schräg oben auf die Lasche. So, und das war mein Projekt für heute. Ich sehe gerade, ich habe hier irgendetwas mit den Maßen verkehrt. Das gucke ich nochmal nach. Und dann könnt ihr das auf meiner Homepage nochmal nachlesen. Da muss ich nochmal nachlesen. Aber vom Prinzip her ist das dann das Gleiche. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr schaut. Über ein Abo, Daumen nach oben. Freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!